Zur 2. Runde ist der 2. Runde. Sehr guter Body Kick. Etwas aktiver in der 2. Runde. Carsten schafft es in dem Clinch, die Distanz für sich zu entscheiden. Knie zum Kopf. High Kick. Gute Rechte von Carsten am Ziel. Patrick hat es schwer, sich im Clinch zu behaupten. Wow, haarscharf über den Kopf vorbei. Das hat auch Carsten gespürt. Dynamische High Kicks von Carsten. Uff! 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 Gute Rechte von Carsten. Der Klen ist sofort unterbrochen. Die letzten zehn Sekunden und beide mit sehr guten Techniken. Der aggressivere in meinen Augen ist Carsten. Oh, guter Ellenbogen. Kurz angezogen ins Gesicht. Ende der zweiten Runde. Applaus Das war's. Das war's. Das war's.